hallo liebe camper unsere zeit an der costa brava ist leider um und wir treten unsere heimreise an das sind ungefähr 1600 kilometer die wir für die nächsten tage zurückzulegen haben unsere erste etappe die wir geplant haben geht bis dohl liegt im dreieck zwischen den autobahnen 39 und 36 ist also sehr gut und zentral erreichbar als etappenziel in den zurückliegenden wochen haben wir die campingplätze aquarius in pescador waldor in playa de aarung und jetzt zum schluss maas nu in empuria brava aufgesucht gehabt und die zeit dort verbracht wir verlassen jetzt den campingplatz maas nu und fahren in direkter linie richtung autobahn vorher werden wir natürlich noch mal tanken fahren da ja die kraftstoffpreise in frankreich erheblich höher sind als hier in spanien wir fahren also in richtung figueres kurz bevor man auf die strecke geführt wird die zur autobahn führt gibt es dort eine tankstelle dazu muss man hier im kreisel aufpassen dass man rechts raus fährt man muss diese parallel fahrbahn benutzen um die tankstelle erreichen zu können daher linksseitig dieser grünstreifen ist wenn man im internet guckt sieht das so aus als könne man von der hauptfahrbahn zur tankstelle rüberfahren das stimmt also nicht die kann man also von dort aus nicht erreichen wir erreichen jetzt diese tankstelle hier tanke ich dann noch mal voll und wenige 100 meter weiter geht es dann kurz vor figueres nach rechts ab und wir umfahren die stadt und werden direkt zur autobahn geführt die autobahn erreicht man dann nach wenigen kilometern und was wir noch haben ist noch mal eine mautstation die zu passieren ist wir haben ja über toll ticket unsere box mit dem automatischen abbuchungssystem so das war also hier an den mautstationen nicht anhalten brauchen man nimmt die entsprechende durchfahrt und kann gleich weiterfahren es ist nicht weit bis zur französischen grenze die grenzstationen passieren wir hier gerade und unsere fahrt geht dann in frankreich weiter über die autobahnen wir haben für die rückfahrt uns entschieden dass wir das am sonntag beginnen so können wir dann in leon damit rechnen dass wir beim umfahren von leon wir fahren also nicht direkt durch nicht so viel verkehr haben die autobahnen sind auch leer hier sind wir schon am autobahndreieck fahren jetzt dann auf die autobahn die in frankreich richtung leon also richtung norden führt hier sind wir schon in der nähe von leon das ist eine von den großen mautstationen die es da gibt da ja leon sehr verkehrsreich ist auch hier toll ticket macht es möglich die schranken öffnen sich wir brauchen nicht anhalten es hat alles wunderbar funktioniert und jetzt geht es über die rohn die passieren wir insgesamt im raum leon zweimal hier können wir das mal sehen wie breit der fluss im bereich leon schon ist die autobahnen sind so wie wir es ja auch oft hatten verhältnismäßig leer so dass wir überhaupt keine probleme hatten an leon vorbeizufahren wenn man dann kurz vor leon ist für die umfahrung muss man sich halten richtung paris und dann hinterher ist auch straßburg ausgeschildert das ist dann unsere richtung so dass wir dann um leon am flughafen entlang vorbeigeführt werden und die autobahn 39 dann erreichen die uns dann in richtung norden führt nichtsdestotrotz im raum leon ist ungefähr die hälfte der strecke da müssen wir dann auch rechts ran und tanken in frankreich ist es sinnvoll dass man eine kreditkarte mit hat an den meisten tankstellen hier in frankreich an der autobahn hat man gar keinen kontakt mehr zum personal auch das mit dem bezahlen funktioniert alles an den säulen automatisch über ein abbuchungsverfahren wozu man die kreditkarte eben einsetzt wir fahren dann weiter und halten uns wie ich schon gesagt habe immer richtung straßburg so das war dann an leon großräumig vorbeigeführt werden und kommen jetzt hier an eine stelle wo es dann auf die autobahn richtung norden geht auf die a39 auch hier haben wir dann wieder eine mautstation zu passieren man sieht es die schranke geht auf wir brauchen nicht anhalten es funktionierte wie gesagt überall einwandfrei unser erstes ziel war ja doll doll liegt im dreieck der autobahn 36 und 39 so dass das als etappenziel sehr gut gelegen ist doll ist eine alte und eine größere stadt das haben wir gemerkt es ist also mit unserem großen fahrzeug nicht überall gerade optimal gewesen lang zu fahren unser navi hat uns einmal kreuz und quer durch doll geführt hinterher haben wir mal geguckt es hätte sicherlich auch einen einfacheren weg gegeben manchmal ist es vielleicht doch besser man guckt vorher schon mal auf die karte um zu wissen wo man lang kommt hier jetzt die aufnahmen von der anfahrt zum stellplatz der stellplatz liegt mitten im zentrum direkt an dem fluss dub bis für den stellplatz erreichen wie gesagt lassen wir jetzt noch mal ein paar bilder auf uns wirken über die beschaffenheit was ein bisschen problematisch für unsere hohen fahrzeuge ist in doll gibt es doch strecken wo bäume direkt am fahrbahnrand stehen da muss man dann mit seinen wenn man hat bus spiegeln schon mal ein bisschen aufpassen meist passt eigentlich das fahrzeug nicht so richtig in diesen fahrstreifen der einem offiziell zur verfügung steht da muss man also schon mal ein bisschen aufpassen und auch auf den gegenverkehr achten so wir werden also immer weiter in die stadt hinein geführt wie gesagt die streckenführung war ein bisschen kompliziert wäre einfacher gegangen warum die navis ich hatte beide in betrieb die waren sich einig diese strecke ausgewählt haben weiß ich nicht so hier sieht man das noch mal wunderschön mit dem bäumen wir hatten glück das war jetzt anfang juni die waren alle auf den stamm zurückgeschnitten worden so dass die esse noch nicht weit in die fahrbahn wieder rein ragen jetzt sind wir eigentlich schon mitten im zentrum rechts rüber ist die alte kernstadt mit der großen kirche die es da gibt wir fahren jetzt um so eine art kreisel die es sein soll folgen den navis wir sind auch kurz vor dem ziel das kann ich schon sagen hier sieht man mal wieder dass die straßen das ist jetzt hier eine von den hauptverkehrsstraßen in der stadt dass die nicht sonderlich bereit sind in diesem fall aber eben ausreichend man müsste los aufpassen wenn einem der bus entgegen kommt dann kann es schon doch ein bisschen enge werden so wir überqueren jetzt auf der brücke den fluss dub hier muss man aufpassen links geht es zu einem campingplatz das ist nicht der stellplatz zu dem wir wollen da müssen wir also auf der straße weiterfahren und hier linker hand sieht man schon diesen platz der für wohnmobile zur verfügung steht es ist ein riesiger platz wo jede menge fahrzeuge drauf passen da ist ja auch nichts parzelliert es ist eigentlich mehr ungeregelter großer parkplatz dieser parkplatz befindet sich an einem sportzentrum wenn wir jetzt hier links rauf fahren dann rechter hand gibt es fußballplätze und weitere sportanlagen so dass dieser parkplatz dort für diese veranstaltung die dort stattfinden genutzt wird man sieht dass der nicht befestigt ist es hatte die zeit vorher geregnet ist daher die pfützen aber er ist sehr gut befestigt und gut befahrbar wir packen also ein weil wir die nacht dort verbringen wollen hier sieht man im hintergrund die kirche und konnte also schon sehen dass dort das stadtzentrum ist davor wie gesagt ist der fluss dub auch führt in der nähe der rhein ohne kanal vorbei der platz hatte sich bis zum abend hin dann noch etwas gefüllt nach unserer übernachtung haben wir dann die nächste etappe angetreten wir wollen jetzt vom platz runterfahren man sieht rechts die straße über die wir gekommen sind das navi sagt diese strecke müssen wir auch erstmal wieder zurückfahren dieses ist ehrlich gesagt ein bisschen schwierig man muss hier an der ausfahrt in den gegenverkehr hinein da auf der straße in richtung rechts eine verkehrsinsel ist die ist nicht zu schaffen wenn man sich rechts einordnet da diese strecke auch von bussen in beiden richtungen befahren wird haben wir noch mal nachgesehen und festgestellt man hätte also auch nach links fahren können das ist also unproblematisch und wäre dann gleich an der einmündung zu der hauptverkehrsstraße wieder gekommen die einen dann zwar etwas zurück aber doch zur a39 bringt ex völksamer kraftfahrer bin ich allerdings jetzt den beiden navis die sich einig waren in der streckenführung jetzt gefolgt wir fahren also so wie wir gekommen sind erstmal zurück nach der leichten steigung kommen wir hier oben wieder zu diesem art kreisel hier fahre ich dann gleich rechts raus man muss auf die grünen schilder achten mit dem autobahn symbol das ist so ein bisschen übersichtlich gewesen an manche stellen in dohl da hat man dann schilder gehabt rechts rum links rum das eine ist aber dann die über landstrecke und das andere die richtung autobahn also immer auf die grünen schilder achten wo das autobahn symbol dabei ist hier sieht man das noch mal schön mit den bäumen was ich vorhin sagte die dicht am fahrbahnrand stehen also da muss man dann schon mal ein bisschen aufpassen wir fahren nicht direkt richtung heimat das wäre dann gewesen über die a36 und freiburg in deutschland dann die a5 a7 hoch wir hatten uns entschlossen als etappenziel noch mal koplenz aufzusuchen so dass wir dann also zurück sind auf die a 39 in richtung luxemburg wir wollten dann auch über luxemburg fahren das hat insofern nicht geklappt dass wir dann doch richtung saarbrücken abgebogen sind da ein längerer stau angesagt war noch in frankreich vor luxemburg da wollten wir uns nicht anstellen deswegen diese strecke jetzt über saarbrücken und dann in richtung koblenz wir sind ja in koblenz vor zwei jahren schon mal gewesen das ist der knaus campingpark koblenz der liegt direkt ab zusammenfluss von rhein und mosel hier in koblenz muss man ein bisschen aufpassen wenn man dann über die bundesstraße in die stadt fährt dann manche stellen ist ein bisschen spät für einen angezeigt wo man sich einordnen muss hing in diesem fall aber mit dem verkehr zusammen denn oben auf der bundesstraße waren stau und dann hatte man sich dann falsch eingeordnet und es wurde doch ein bisschen komplizierter dann mit so einem großen fahrzeug wieder in die richtige richtung zu kommen ansonsten sind wir den navis gefolgt die sich auch hier einig waren und das hat auch wunderbar geklappt hier kommen wir schon über eine moselbrücke und sind von nicht mehr weit vom campingplatz entfernt kurz hinter der brücke muss man eigentlich rechts raus nur durch eine baustelle ging das nicht und wir mussten einer umleitung strecke folgen was aber so ziemlich unproblematisch ist obwohl die straße wo man rein muss ein bisschen eng ist durch diesen verkehr der hier links steht und wir hätten ein bisschen mehr ausschwenken müssen um da gut rein zu kommen aber es hat doch ganz gut geklappt wir kommen jetzt hier an die umleitungsstrecke die rechts abgeht hier müssen wir dann rein man sieht die fahrzeuge machen ein bisschen platz damit das dann funktioniert es hat dann auch ganz gut geklappt so weit muss eben ein bisschen vorsichtiger fahren mal und dann passt das auch hier endet dann die umleitung strecke und wir befinden uns an der nächsten einmündung wieder auf dem richtigen weg wir müssen dann hier links abbiegen unter normalen umständen wären wir von rechts gekommen man sieht ja auch da oben ist die autobahn in die richtung ausgeschildert was natürlich im augenblick nicht funktionierte durch die baustelle wir biegen also dann hier links ab und nach wenigen metern müssen wir dann rechts abbiegen es ist eine kleine schmale straße die zum campingplatz führt wer das erste mal zu diesem campingplatz möchte muss hier ein bisschen darauf achten damit er die einfahrt in die straße nicht verpasst wobei der einmündungsbereich selbst großzügig ausgebaut ist wir befinden uns nun auf der direkten zufahrt zum campingplatz hier rechts ist ein parkstreifen den man als neuankömmling nutzen kann um sich dann anzumelden hier ein paar impressionen vom platz aus das ist direkt gegenüber des kaiser willem denkmals also des deutschen eck und auf der anderen seite oben sieht man die festung ihren breitstein die wege auf dem campingplatz sind geteert so dass man da überall gut hinkommt auf der der fläche sind dann auch die stellplätze markiert und durch die nummerierung entsprechend beschriftet so dass man seinen platz finden kann wir gehen jetzt gerade über den platz wenn man rein kommt hat man dann erstmal auch wohnfässer die man mieten kann die entsorgung ist groß hier sind die sanitärgebäude die zu dem zeitpunkt aufgrund der corona regeln allerdings gesperrt waren der campingplatz liegt im überschwemmungsgebiet und sämtliche gebäude sind container die bei überschwemmung gesichert untergebracht werden können und zwar auf diesen hier sichtbaren metallgestellen die auf dem platz mehrfach vorhanden sind dieses bild zeigt die gut anzufahrende großzügige entsorgungsstation des campingplatzes hier die entsorgung für die chemie toilette wie man sehen kann es auch ein gasflaschen tausch möglich wir nähern uns jetzt dem eingangsbereich hier rechts im bild haben wir den restaurant bereich mit außenfläche wir waren zwei nächte auf dem platz und waren zweimal dort essen das spricht vielleicht ja auch für sich diese fläche ist direkt vor dem campingplatz bereich wir gehen jetzt in richtung musel wir haben wieder den blick auf das denkmal deutsche eck und ihren breitstein kann man da oben sehen und linksseitig am rand da sind noch mal ungefähr zehn stellplätze die zu dem platz gehören und meistens belegt sind wir bewegen uns auf eine hütte zu rechts davon geht es eine treppe runter und da liegt immer ein kleines boot das macht ein pendelverkehr also sozusagen den fährdienst zwischen dem campingplatz und der gegenüberliegenden seite dem denkmal von dort aus sind wir dann mit einer gondel hoch zum zur festung ehrenbreitstein die in ihrer ausdehnung imposant ist ein besuch lohnt sich im einschluss daran haben wir dann noch mal eine kleine fahrt mit einem boot über den rhein gemacht diese aufnahmen sind jetzt vom boot aus entstanden der blick gegen eben aufs denkmal und im hintergrund sehen wir jetzt wieder den campingplatz wenn man jetzt genau hinsieht sieht man so ein kleines boot das richtung campingplatz fährt das ist dann das boot für den fährverkehr unsere zwei übernachtungen sind um wir treten jetzt von komplett aus unserer heimreise nach standhude an hier rechts ist noch mal die entsorgungsstationen für müll hier noch mal das sanitärgebäude mit der dahinter liegenden entsorgung und wir kommen an den fessern vorbei rechts kommt gleich noch mal die kleine gaststätte ins bild wir sehen davor dann noch den betreiber hier im grünen t shirt da haben wir noch kurz eingehalten und tschüss gesagt bevor wir dann unsere heimreise wirklich angetreten haben wir verlassen koblenz dann über die gleiche strecke wie wir in die stadt gefahren sind um dann wieder über die b9 zur a 48 und später dann im verlauf auf die a3 richtung norden zu gelangen wir durchfahren also nordrhein-westfalen im ganzen und erwartungsgemäß haben wir dann auch in den ganzen baustellen immer wieder kleinere staus gefunden was zu verzögerungen führte es war aber überschaubar mein navi wusste auch wo wir hinwollten es zeigte an der a2 die abfahrt steinhude und nicht wundsdorf dem sind wir gerne gefolgt die fahrt hat durch die staus ein bisschen länger gedauert aber die sind ja in nordrhein-westfalen immer mit allen zu planen insofern auch ein grund warum ich lieber die a7 a5 bis richtung freiburg runter fahre das ist übersichtlicher was die staulage angeht so wir sind zu hause ich bedanke mich fürs zuschauen hoffe auf den daumen hoch dass der bericht informativ war und würde mich über einen späteren besuch beim nächsten bericht freuen tschüss